Moin Moin und willkommen zurück zu Echo Generations und wenn ihr wie ich nicht genug von dem Spiel bekommen könnt, dann ladet euch das runter. Es ist immer noch ein Game Pass drin, kostet euch nichts, wenn ihr den Pass habt und es macht wirklich sehr viel Spaß. Also wenn man ein bisschen als Englischen mächtig ist, sollte es man sich reinziehen. Genau, wir gucken mal was wir noch haben. Wir haben jetzt immer noch ein Busticket, Farbe und so ein Alien Cutout. Wir brauchen ein Fotoapparat oder irgendwas was so aussieht wie von so einem Alien, da wir ein Souvenir haben. Wir haben ja eine grüne Farbe vielleicht, vielleicht kann die Malerin draußen uns helfen. Wisst ihr diese, da ist hier so eine Malerin draußen bei den Abwässerkanälen da. Vielleicht kann die uns helfen. Die ist eigentlich relativ gut im Zeichen. Vielleicht kann sie sagen, ja klar, ich male euch da was Schönes. Gucken wir mal, ob das klappt. I don't know. But maybe. So, wir laufen mal weiter. Weil diese grüne Farbe, die ist, habe ich ja schon in letzten Folgen gesagt, die muss sowas von für diese Frau sein, weil sie Malerin ist. Deswegen, die wird uns bei eigener Sachen helfen und eventuell malt die uns ja sonst ein Bild, was wir den Typen geben können. Also die explizit Fotografie hat er ja nicht gesagt. Er hat ja eher gesagt, er will ein Souvenir haben. Vielleicht kann die ja sowas in die Richtung malen. Man weiß es nicht. Wir laufen mal hin zu ihr. Gucken, ob das klappt. Wenn man hier mit ihr überhaupt ein anderes Gespräch kommt. Das ist ja immer das. Man schnackt und schnackt und irgendwie reden die über jeden Scheiß, aber nicht über das, was sie reden sollen. Oh, hast du fertig gemalt? Ja, ich habe es gerade vervollständigt. Magst du es? Ich habe den Zugwaggon da drüben gemalt. Ja, es sieht so realistisch aus. Ich suche nach ein paar Ideen für neue Malereien. Oh, da haben wir glaube ich eine. Hast du irgendwas im Kopf? Vielleicht könntest du mal einen Alien malen. Ich erinnere mich mal, einen gesehen zu haben. Aber vielleicht war es auch nur ein Tier. Oh, ist das grüne Farbe, die du da hast? Die brauche ich für meinen Alien. Kann ich sie haben? Klar. Wow, das ging schnell. Ich habe es fertig gemacht. Es ist großartig. Möchtest du es haben? Darf ich? Na klar. Es würde ein super Souvenir abgeben. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Okay, bitteschön. Gut. Dann rennen wir direkt dahin zu dem Typen und gucken, ob wir ihm das geben können. Weil wenn wir ihm das geben können, können wir ja auch direkt nach oben. In die zweite Etage der Fabrik. Ist für uns natürlich super. Ich finde, hier geht der immer so extrem langsam. Sieht aber auch nur so aus, glaube ich. Warte, wie viel Leben haben wir noch? Alles voll okay. Perfekt. Dann müssen wir das mal machen. Das wäre ja geil jetzt. Also, naja. Also, die Rätsel sind nicht super schwer, aber auch nicht mega, oh, guck mal, die haben wir ja platt gemacht, ne? So, da unten sind aber auch keine Ratten mehr und nichts. Das Problem ist, dass natürlich alle gar keine mehr da sind, so richtig. Ich frage mich, wie man dieses Comicbuch da hinten bekommt, aber naja. Oh, da kommt wieder zurück. Oh. Mit dem eigentlich, kann der, macht er uns auch gleich platt? Okay, gegen den können wir sogar kämpfen. Lass uns versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Oh, das ist okay, es ist sand. Oh. So, guck mal, was er macht. Oh, ich darf auch nochmal, okay, wir machen auch mal diesen Rücken-Backstep, der nochmal blutet. Perfekt. Oh nein. Alter, 14 schon gleich. Weck, okay, okay, okay. Alles klar, alles klar. Oh, der ist auf die Haare-Tür. Oh, den Schabbel habe ich nicht. Okay, da haben wir noch einigermaßen gehalten. Hat hier fast gar kein Leben mehr, ne? Aber er auch nicht. Oh, der hat noch ein bisschen was. Also, wir können ihn nochmal stunnen. Probier's einfach mal. Yes, können wir sogar. Perfekt. Okay, warte mal. Wenn wir gestunt haben, dann können wir ja nochmal zuhauen. Wir können auch gleich nochmal heilen. Die Katze darf nochmal heilen. Ich kann nicht nur einen normalen Schlag machen. Versuchen wir mal. Wird noch aufpassen. Oh, fuck. Aber ist nicht ganz tot, okay. Oh, fast aber. Müssen wir jetzt schon killen hier. Bam. Wie der Typ. Victory. Oh, guck, wir sind auch der Level ab. Das ist perfekt. Das Gute ist, dann haben wir wieder schönes, volles Leben. Wir müssen nochmal ein bisschen stärker machen. Perfekt. Perfekt. Okay, mich würde mir wundern, wie man da hinkommt. Und zwar an diesem Typen da vorbei. Er schießt ja immer gleich. Da ist eine Granate drin. Okay, sie gibt 50 Schaden. Kann man nicht einfach so werfen. Aber wir kommen auch nicht an ihm vorbei. Wenn er uns sieht, schießt er uns sofort ab. Gehen wir nachher nochmal da längs. Jetzt gehen wir erstmal hier längs. Kurz warten, dass der Typ hier vorbeigelaufen ist. Wir wollen ja einmal das Bild abgeben. So, hier haben wir ja alles Schrott gemacht. Wir können direkt hier reinlaufen. La la la. 50 Schaden macht die Granate gleich. Das ist ja auch nicht schlecht. Kann bestimmt für irgendwas auch nutzen. Was weiß ich noch nicht. Aber für irgendwas geht es. So, ich bin gespannt, ob das jetzt klappt mit dem Bild da. Wie ich mir das vorstelle. Guck mal hier. Hey. Na, warte mal. Ich soll mal ein bisschen hier mitschnacken erst, ne? Hey. Oh, hallo. Ich habe ein Bild von einem Alien. Willst du es haben? Oh, das sieht so gut aus. Du würdest es mir geben? Klar. Wenn du mir einen Lift nach oben gibst. Mein Tisch steht ganz hinten. Stell es einfach darauf. Und du darfst da oben dich mitschnuppen sehen. Deal. Na, guck mal. Sehr gut. Was machen die Leute hier? Oh, yes. I'm so glad. Oh, ich bin so froh, dass alles automatisch abläuft. Kein Papier-Report mehr für mich. Es ist automatisch? Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Weil wir haben ja erst die neuen Computer bekommen. Ah, so, ich verfolge jeden Schritt von jedem hier im Labor. Wie das? Wie zum Beispiel den Elevator, den du gerade benutzt hast. Du hast den einmal benutzt, siehst du? Nimmst du alles auf? Nope. Nur so viel, wie die Leute den Elevator benutzt haben. Und jetzt, wo es automatisch ist, ist es noch viel leichter. Richtig geile Jobs haben die Leute echt nicht hier, ne? Hey, komm ich. Okay. Das Ding kriegen wir nicht, aber wir können mit dem Reden. Boah, aber du bist an einem Blaster? Yeah. Jetzt lass mich alleine kennen. Okay. Was ist das? Ich bin nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Wieso sieht es so anders aus wie die anderen? Ich habe keine Idee. Es ist irgendwie ganz schön komisch, das Ganze. Ja. Also da hinten war sein, äh, Tisch dahinten hat er gesagt, den anderen mal hin. Hm, haben wir es hingestellt. Okay. Was noch der? Hallo, bist du hierher gekommen und ein bisschen mehr von mir zu sehen? Mein Job ist nämlich ziemlich wichtig. Ich würde mich dazu, achso, ich würde mich dazu herablassen, dir deine Klamotten zu signieren. Äh, nein, danke. Oder soll ich dir was zeigen? Siehst du, wenn ich diesen Knopf drücke? Ja. Das könnte es eventuell irgendwann du sein. Hey, magst du Alien-Souvenirs? Jeder liebt Alien-Souvenirs. Was ist das hier? Hey, nicht anfassen, was ist das? Das ist der erste Quantum-CPU in der Welt. Er kalkuliert einen multidimensionalen Kram und so. Okay. Warte mal, kann man das Bild da hinten nochmal nehmen? Weil da ist schon ein A dran. Vielleicht will er das haben, ja auch. Kann man ein paar Mal tauschen, das Bild anscheinend. Hast du dieses Bild hier? Hast du die Sekretour? Was? Ich habe ein Alien-Gemälde. Das sieht aus wie eine von den Kreaturen, die wir neulich gefangen haben. Darf ich mir das genauer ansehen? Klar. Hm, das sieht so realistisch aus. Äh, die Schattierung von Grün und so bringt alles zum Leben. So, das kann man bestimmt das Ding hier wegnehmen, ne? Gucken. Ja, er ist abgelenkt. Konten-CPU. Nehmen. Oh, ich wollte ihn doch nicht nehmen. Hey, don't touch that. Too late. Oh. Das haben wir gemacht. Ich kann's nicht zurückpacken. Ähm, es ist kaputt. Ah, dann behalte ich aber das Alien-Bild. Okay. Ja. Oh. Ich hab den Alarm aktiviert. Wenn du nicht in Erja kommst, gib mir sofort den CPU. Oh, fangen wir auch gleich mit. Schnapphorn hier. Oh, ich dachte schon, der Parche funktioniert. Der funktioniert. Geil, ich hab irgendwas geklaut und der Parche funktioniert auf jeden Fall noch. Oh, sind alle im Alarmbereiter. Wollen wir dann mal schnell hier rausrennen? Was heißt das, ne? Okay. Hm, warte mal. Ich weiß nicht, was passiert, aber lass uns mal der Katze was geben hier. Nur für den Fall der Pferde, ne? So, der Alarm ist an, alles ist rot. Wir müssen weg hier. Aber, wo müssen wir hin? Weißer nicht, was wir mit dem CPU machen können. Gucken. So. Einmal Schrott hier. Kann auch hier rausrennen, ne? Weißer Pürze. Oh. Geht nicht ins Laufen. Oh. Wieso? Jetzt wacht er auf. Ja, was ist denn da los? Der war doch die ganze Zeit still. Oh nein. Kein Kampf, bitte. Okay, es ist ein Kampf. Wollen wir den K.O. machen? Ja, wir suchen uns. Auf 270 hat er. Ne, das interessiert mich nicht mal die Bohne. Oh, komm schon. Ich hab geblockt, aber... Na ja, gut. Ich muss leider wieder heilen, die Leute. Ich heile erstmal mich selber. Los geht's. Da muss ich mal hinrennen, das Nerven muss ich finden. Oh. Na gut. Aber einmal erwischt haben wir den. Oh nein. Zu früh. Sei dumm. Okay. Das machen wir mal hier. Wir haben auch die Granate. Vielleicht sollten wir die Granate gleich nochmal werfen. Das hat ein bisschen Schuss gegeben. Mehr oder weniger. Ja. Protonen-Granate. Protonen-Granate. Ich war zu spät dran. Echt scheiße. So schnell hat er zurückgeschossen. Das war echt nüt. Ich muss noch mal heilen hier. So. Ich muss noch mal heilen hier. Okay. Haben zwar den Schutz gedrückt, aber... Na gut. Katze lebt noch? Ja, alle leben noch. Okay. Okay, wir machen nur mal einen Schlag, weil wenn wir jetzt... Nein, müssen wir so machen. Die sollten wir alle zuhauen, damit wir den platt machen. Und die fette Katze. So, er müsste doch jetzt den letzten Schlag machen können. Ja, kommen wir hin. Hier ist der Nebendruck, haben wir es geschafft. Wir haben ein Laser-Dings-Ups gefunden. Okay. Super. Die Katze ist auch wieder ein Level höher. Das ist doch super. So, was umgehen wir der Katze denn mal? Wir leben. Ja, kriegen wir schon Stärke. So, ist hier auch irgendwas, was wir noch bekommen können hier? Nee. Nichts beingelassen, ne? Schade, schade, schade. So, was kann man hier noch irgendwas machen? Achso, wir können ja hier rauskommen, ne? Das ist schon mal gut. Aber was können wir mit dem Quantum-CPU machen? Das weiß ich gar nicht. Weiß keiner von uns gerade, ne? Wir können den irgendwo im Wald beim Raumschiff einsetzen. Das würde ja auch Synergie geben, ne? Lass uns da mal hinlaufen. Kann ja gut sein, dass wir den da benutzen können. Ich weiß es nicht, aber... Wir gehen mal zum Wald. Und gucken, was die... Warte, wir müssen kurz gucken, wie viel Leben haben unsere Party-Leute noch. Was kann man wohl hin, ne? Ich will auch Synergie, wenn die aber nicht mehr hier rumlaufen. Wir haben auch schon ein paar gekillt. Gucken, was er am Feuer sagt. Vielleicht kann er was zu diesem CPU sagen. Was machst du hier? Die sind über Monster, das haben wir schon. Okay, lassen wir uns da reingehen. Vielleicht können wir drinnen was machen mit den Außerirdischen. Kann ja auch blöd sein. Okay. Können wir nichts machen mit dem CPU? Da können wir ihn machen. Oh, dieser Teleporter ist radioaktiv. Ich frage mich, ob man sich vor Radiation schützen kann. Hä? Hat sie doch vorher nicht gesagt, oder? Brauchen wir dieses andere Viech dafür vielleicht? Also da kann man sich wahrscheinlich nur mit dem Anzug irgendwie schützen. Hm. Okay, wir müssen den Anzug vielleicht zur Firma da bekommen. Weiß man auch nicht. Wir gehen mal raus hier. Den kehren wir jetzt auch noch schnell. Wie gehen wir die alle los? Okay. Okay. Ah, ich hab das Viech mit Scheiße. Wollte ich eigentlich mit haben. Scheiße. Wollte ich was zum Heilen haben. So ein Kack. Oh, verletzte Stunde. Da hat kein Effekt mehr drauf. Das ist gleich K.O. Wenn wir die Leben gehabt haben. Was ist das denn? Ah, vielleicht ist der Eckstück for one time. Tu noch was. Das ist passiert. Oh, ich hab so A gedrückt. Das ist doch gemein. Oh, ich hab so A gedrückt. Das ist doch gemein. Oh. 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 Geblockt. Na gut. Oh. 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 Das mach ich dann. Ich hab natürlich voll nicht aufgepasst. Scheiße. Das ist ja nur ein Kade, ne. Du bist so Binde. Oh. Ach es, funktioniert nicht? Äh. schaffen trotzdem jetzt mehr ist ja auch nicht gewesen ja super kann jeder mal kurz hier rein gut schlafen wieder aufwachen hoffentlich gut ja war doch schon wieder einiges erreicht heute vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei bis dahin tschüss bis dahin tschüss bis dahin tschüss Untertitelung des ZDF, 2020